Ah, wo ist mein Alienbreed? Wo ist mein tägliches Alienbreed? Ja, die Antwort ist, das ist auf dem USB-Stick vom Zwiebelpeter. Und der USB-Stick ist in Berlin, auf der Kommode vom Zwiebelpeter. Aber der Zwiebelpeter, der ist im Urlaub. Nicht in Berlin. Und nicht auf seiner Kommode. Und deswegen gibt es eine kleine Pause, weil die Folgen sind nicht hochgeladen. Das tut mir ganz schrecklich leid. Mir, dem Amano, im Namen der Spieleflut. Und euch hoffentlich auch. Wünschen wir also alle gemeinsam dem Zwiebelpeter einen herrlichen Urlaub, wo auch immer er ihn verbringt, vielleicht auf seinem Schrank oder seinem Bett. Oder in München. Vielleicht auch das. Und wenn er wieder da ist, wird er schleunigst die noch fehlenden Folgen hochladen, damit es mit Alienbreed weitergehen kann. Aber solange bitte ich euch mal ein bisschen Geduld. Und mir tut es leid. Und ihm, das könnt ihr mir glauben, ihm wird das auch leid tun.